tja liebe Alpenemobilienfreunde heute ein ganz besonderer leckerbissen ich laufe hier auf ein split level haus zu auf klippitz törl 1600 meter hoch bin ich mittlerweile ist etwas später schon deswegen die lichtverhältnisse nicht ganz mal ganz mehr so toll ja da oben kommen ein paar skifahrer direkt von der piste man könnte auch wenn man ein guter skifahrer ist auch runterrutschen ja split level weil verschiedene ebenen ganz tolle geschichte ein weitblick 180 grad unglaublich natürlich heute hier vom wetter her nicht ganz so toll aber ich verspreche ich fahre die tage noch mal vorbei und ich mache eine bessere aufnahme man fährt also mit seinem auto hier direkt vor die haustür überdachter carport lädt seine sachen aus sein gepäck und ist dann schon gleich zu hause massiv holzbau vom feinsten und ja exposé bringt noch ein bisschen mehr fotos mache ich natürlich auch bis bald